Worauf sind die gefangen? Drei auf Teich und einen auf Bienenmaler. Okay, der Powerbait Bienenmaler. Was hattest du? Vier? Vier, ja. Ich filme nur, wie die Schlagbank aussieht. Ah, die vierte hast du schon eingetragen. Die war die größte. Die hatte fast gar nichts. Die hatte schon über zwei, glaube ich. Die haben ja 43. Ja, die hatte über zwei, die eine, die ich vorher gesehen habe. Am Angelplatz da. Jo.